Arten, die dein Weltbild verändern. Diese Karte zeigt die weltweit beliebtesten Sportarten. Den meisten Menschen gefällt Fußball am besten mit über 3,5 Milliarden Fans. Populär ist diese Sportart vor allem in Südamerika, Afrika, Europa und Teilen Asiens. Cricket ist besonders beliebt in Südasien. Basketball in China, den Philippinen und im Baltikum. Dort und in Finnland wird auch Eishockey sehr gefeiert, was auch für Kanada gilt. Beim Nachbarland USA ist es natürlich American Football und noch weiter südlich findet man ein paar Baseball-liebende Länder. Auch Japan gefällt diese Sportart. Und im Bhutan steht man auf Bogenschießen. Sportlich ist auch diese Wanderung hier. Sie gilt als der weltweit längste Marsch, den eine Person auf direktem Wege zurücklegen könnte. Konjunktiv, denn diese 21.000 Kilometer lange Wanderung von Kapstadt, Südafrika bis nach Wladivostok, Russland, führt durch einige der gefährlichsten Gebiete der Welt. Zum Beispiel aktive Krisengebiete wie dem Sudan oder Syrien. Und was denkst du über diese?